Hallo, mein Name ist Sandra Oppel und ich stehe hier vor meiner Bäckerei im schönen Steigerwald. Im letzten Jahr wurde unsere Frankenkruste mit der Silbermedaille ausgezeichnet und das haben wir mit unseren Kunden gefeiert. Mit der Produktion vom Bäcker Werbeportal haben wir unseren Kunden die Frankenkruste zum Vorzugspreis angeboten. Von 10.000 Karten sind 2.000 zurückgekommen und unsere Bäcker mussten die Frankenkruste ganz schön oft nachbacken. Die Karten kosteten insgesamt nur 1.350 Euro, aber unser Gewinn lag schon nach einigen Tagen bei 5.000 Euro. Dass man eine gute Werbekampagne so einfach, schnell und kostengünstig durchführen kann, das hat mich echt überrascht. Mein Fazit für die Zukunft, noch viele tolle Aktionen mit dem Bäcker Werbeportal.